Also ich wusste, dass ich mich selbstständig machen will und ich wusste auch mit was, aber wie genau, hatte ich keine Ahnung von. Ich bin Tijan Onaran, Unternehmerin und Gründerin von Global Digital Women. Gerade dann, wenn du eben nicht aus einem Unternehmerhaushalt kommst, bist du erstmal ziemlich verunsichert und hast natürlich auch einfach Angst, weil du nicht weißt, wohin die Reise geht. Deswegen auch der Moment, wo ich diese Mail an die Person geschrieben habe, gesagt habe, du hast immer gesagt, du bist da. Das wurde dann auch meine erste Kundin und hätte ich dieses Netzwerk nicht gehabt, wäre ich mit Sicherheit heute auch nicht Unternehmerin. Mein Netzwerk ist Unabhängigkeit.